So, einen wunderschönen, einen wunderwunderschönen guten Morgen zur virtuellen Kaffeetasse hier. Ich weiß, ich bin vier Minuten zu spät. Grund dafür war ein Stau. Ja, auch hier gibt es Stau in Dürr. Also, aber trotzdem, jetzt hoch die Tassen, hoch die virtuelle Kaffeetasse. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Dürr. Guten Morgen. Ich schaue mal gerade hier bei Facebook rein. Da gibt es schon die ersten schönen Meldungen. Guten Morgen, die Inge, die Sabine, der Peter, der Andreas. Guten Morgen aus Schorn, doch bei Stuttgart. Die Emücke ist da, die Inge haben wir schon. Und Japan ist auch an Bord. Also, wie früher. Ja, es war ein paar Wochen ohne die virtuelle Kaffeetasse. Und man hat mir immer wieder zugetragen, Mensch, die virtuelle Kaffeetasse fehlt uns doch so. So, da bin ich wieder. Und ihr seht im Hintergrund einen wunderschönen Hintergrund. Balaton mit tollen Sonnenuntergängen im Moment und wunderschönen Farben. Immer wieder jeden Tag neu. Wir hatten so wunderschönes Wetter hier. Und ja, ein bisschen die Akkus aufgeladen. Der eine oder andere, der hat mal gesehen, da ist der Klawunda unterwegs in der Welt. Ich komme gerade wieder aus Hongkong und habe mir so ein bisschen auch mal da die Welt angeschaut. Die Conny ist da, der Reinhard und auch die Petra und der Christian. Wunderschön, alle wieder an Bord zu haben hier. Ja, wir haben heute tolle Themen an Bord. Wir haben unsere Redaktion halt ein bisschen recherchiert. Wir machen heute einen Ausflug ins Roderspad. Wir schauen uns eine top Immobilie am Balaton an. Wirklich auch diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, eventuell nach Ungarn auszuwandern oder einfach nur ein bisschen Geld zu investieren in so eine Ferienimmobilie, haben heute ein tolles Produkt hier an Bord, was wir uns angeguckt haben, was wirklich dann auch in die Zeit passt jetzt hier. Ja, und wir schauen uns natürlich auch an, was so los ist heute in Ungarn, worüber Ungarn heute spricht. Und ich glaube, wir geben auch gleich den Chat hier mit rein, weil ich glaube, unser Format ist doch irgendwie cool. Denn ich glaube, das, was das Format ausmacht, ist, dass sich die Menschen hier morgens bei einer Tasse Kaffee, ich merke gerade, dass ich noch gar nicht getrunken habe, jetzt aber einen guten Schluck, bei einer Tasse Kaffee hier zusammenkommen und auch live kurz ihre Eindrücke, ihre Infos, ihre Sorgen oder ihr einfach nur ihr Beisein hier quasi da lassen können. Und ich glaube, das ist das Besondere an dieser virtuellen Kaffeetasse. Ja, da sind wir wieder. So, jetzt aber nicht viel reden, sondern auch machen, denn wir haben ja nicht so viel Zeit. Eine halbe Stunde Kaffee trinken, die geht ja schnell vorbei. Und ich möchte am Anfang, wie auch immer, ich muss ja auch jetzt erst mal wieder reinkommen, war ja eine Zeit der Abstinenz hier. Zuerst gratuliere ich mal allen denen, die einen Namenstag heute haben, nämlich das ist Ignaz, Ignaz-Namenstag heute am 1. Februar. Unglaublich, wa? Ja, der Januar ist schon rum, der Februar schon da. Und der Harald sagt auch Hallo zum gemeinsamen Kaffee, dass der Februar schon wieder... Ich fand, der Januar ging so schnell rum, oder? Unglaublich. Ja, und dann schauen wir uns natürlich auch für viele immer wichtig, wie steht denn heute der Kurs? Wie kann ich denn heute meine Euros wechseln? Und das schauen wir uns auch gerade mal an. 384 Forint im Moment. Mittelkurs 1,384 Forint heute Morgen. So, das sind mal die wichtigen Dinge, die wir hier am Anfang natürlich rüberschieben wollen. Ich muss mal gerade eben mich auch selber hier sortieren, dass ich mein Arbeitsbord hier wieder richtig generiere, damit ich euch auch wirklich alles zeigen kann. Ja, ganz zum Schluss zeige ich euch noch ein paar ganz interessante Dinge, die ich in Hongkong erlebt habe. Und ich gucke ja auch immer so, ich vergleiche ja auch immer so mit Ungarn dann, ja, ob es das Kulinarische ist oder andere Dinge. Oder suche auch immer mal so ein Stück Ungarn in anderen Ländern. Da zeige ich euch nachher am Ende der Sendung ein paar spektakuläre Bilder zu. So, ich würde sagen, wir steigen ein und schauen mal so, worüber Ungarn heute redet. Und ihr seht, meinen Zettel habe ich auch immer noch hier. Man kann ja nicht alles im Kopf haben. Man muss ja auch mal ein bisschen so Gedanken. Und gerade im Alter ist das auch ein bisschen, also ich werde vergesslicher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde teilweise echt ein bisschen vergesslich im Moment. Bin ja noch jung eigentlich, aber trotzdem. Mit jedem Jahr wird man ja ein Jahr älter. So, ja, heute, seit gestern ist Viktor Orban in Brüssel. Und wir wissen immer, wenn Viktor Orban in Brüssel ist, dann gibt es auch irgendwelche Schlagzeilen, auch in deutschen Zeitungen. Die gibt es nicht nur, wenn er in Brüssel ist, die gibt es ja auch sonst so. Aber trotzdem, wenn er in Brüssel ist, dann gibt es meistens ja irgendwelche wichtigen Gespräche. Und im Moment treffen sich zahlreiche Länder der EU, um über die Gelder für die Ukraine zu bestimmen, beziehungsweise auch abzustimmen und zu diskutieren. Da ist Viktor Orban auch dabei. Und da können wir natürlich darauf warten, in den nächsten Stunden, in den nächsten oder spätestens morgen wird es dann natürlich auch ein Resümee geben, mit wem er da alles zu tun hatte und welche Aussagen er zu dem Thema immer wieder trifft. Ganz klar ist die Haltung von Viktor Orban zu diesem Thema im Moment keine kriegerischen Konflikte, in dem dann wirklich über Gespräche und über Friedensgespräche der Ukraine dabei zu stehen. Das ist ja ganz klar auch dann Viktor Orbans Haltung die ganze Zeit gewesen. Und da kommt er halt immer wieder auch in etwas dubiose Gespräche, beziehungsweise in Schlagzeilen, die Ungarn dann doch irgendwo immer wieder negativ darstellen. Das, wie gesagt, heute, seit gestern ist er dort. Gestern hat er mit der italienischen Staatspräsidentin und dem französischen Staatspräsidenten gesprochen und wir sind mal gespannt, was heute bei diesen Gesprächen in Brüssel rauskommt. Seattle war gestern unterwegs in Katar und auch wichtig für alle die, die hier in Ungarn leben. Er führt ja ständig Gespräche, um die Energiekrise, gerade in Ungarn, auch quasi dann lebenswert, oder das Leben lebenswert zu machen und die Energiekrise so gering wie möglich zu halten. Da hatte er gestern Gespräche in Katar, in Doha und hat einen Vertrag verlängert, beziehungsweise neu aufgesetzt von 2026 über Flüssigganslieferungen nach Ungarn. Und hier sehen wir, der Außenminister Ungarn ist wirklich sehr emsig, sehr aktiv in diesen Dingen. Und wie gesagt, gestern dann in Doha und für 2026 sind die Gespräche, beziehungsweise die Verträge bereits im Lauf. Also Ungarn tut da einiges, um die Energiekrise auch so gering wie möglich zu halten im Land. Apropos Energiekrise, kommen wir ganz schnell auch zu dem Thema, worüber wir in den letzten Wochen immer wieder diskutieren, auch in unseren Nachrichten. Das sind die Kraftstoffpreise, die auch in Ungarn mittlerweile dann wieder so ein bisschen nach oben gehen. Das hat auf der einen Seite den Grund, dass die entsprechende Steuer dort etwas erhöht worden ist, im Januar in zwei Stufen, aber auch jetzt der Großhandelspreis ständig immer mal wieder nach oben schwappt. Und auch jetzt am Freitag geht es wieder nach oben. Wir sprechen dann von Durchschnittspreisen ab morgen von ca. 603 Forint pro Liter für das Benzin und 640 Forint pro Liter für den Diesel. Dann ab morgen die Durchschnittspreise an den Tankstellen. Ja, auch da wird es, wie gesagt, wieder ein bisschen höher. Letzten Preis in Sachen Benzin in dieser Höhe hatten wir dann im November. Dann purzelte es ja noch unten. Jetzt geht es wieder hoch. Also dieses Hoch und Runter werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch so ein bisschen miterleben. Ja, und es kommt immer auch wieder so ein bisschen dran drauf an, wenn wir auf den Kurs schauen, wie sich Viktor Orban jetzt vielleicht heute in der EU in Brüssel benimmt. Denn auch das kann dazu führen, dass gewisse Kurse hoch und runter purzeln hier in Ungarn. Und ja, deshalb sage ich jetzt immer darauf gespannt, was er da dann in den nächsten Stunden vollbringt, beziehungsweise diskutiert. Ja, auch ein Thema heute ist WIS Air. WIS Air hat von der Wettbewerbsbehörde irgendwo so ein bisschen mal so den Zeigefinger bekommen, denn man hat da zwischen 2022 und 2023 die Ticket-Online-Geschichte dann so ein bisschen ins Wanken gebracht. Das heißt also, wenn ich ein Ticket gebucht habe online, dann wurde der Rückflug nicht auf meinem Handy. Da muss ich ja sagen geben, dass ich dann auch die Boarding-Karte auf meinem Handy zeigen kann. Sonst kostet das ja Gebühren. Aber in gewissen Ländern war das nicht möglich aufgrund der Einstellungen auf der Webseite. So, das mussten die Passagiere dann teuer für 40 Euro sich ein Ticket ausdrucken lassen. Und diese versteckten Informationen bemängelt nun die Wettbewerbsbehörde. Man schaut sich das jetzt genauer an. Und es kann sein, dass der ein oder andere da die ein oder anderen Gelder wieder zurückbekommt. Also mal darauf achten, was die Wettbewerbsbehörde hier rausbekommt. So, dann ein schönes Thema, worüber Ungarn heute auch spricht, ist ein Leoparden-Baby. Ja, hier sehen wir es im Zoo von Debrecen. Ein richtig schnuckeliges, kleines, süßes Leoparden-Kätzchen. Hier schauen wir noch mal an. Guck, da ist die Mama auch dabei. Das hat man jetzt gestern zum ersten Mal. Dann durfte es raus und der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist bereits im Dezember schon geboren, letztes Jahr in Debrecen. Und jetzt sucht man auf Facebook, der Zoo Debrecen, sucht man einen Namen. Ich habe heute Morgen gesagt, könnte ja Debbie sein für Debrecen, oder? Aber die Namen findet ihr auf der Facebook-Seite vom Zoo in Debrecen. Könnt ihr mitvoten. Ja, es gibt da drei Namen, die dann zur Auswahl stehen. So, das dazu. Ich gucke mal, habe ich noch vertreten. Ja, ganz wichtig für alle die Reisenden. Es gibt wieder mal Warnungen, Reisewarnungen, aber wie immer auch aus Deutschland. Denn da ist der Flugverkehr heute wieder stark beeinträchtigt. Heute am Donnerstag streiken die Flughafensicherheitskräfte. Dort sind dann teilweise komplette Sicherheitslinien stillgelegt. Manche Flughäfen sind komplett stillgelegt bereits. Aber es handelt sich im Moment mal so um 1100 Flüge, die gecancelt wurden. Jede Menge Verspätung. Also wieder mal Chaos durch Streik in Deutschland. Wer unterwegs ist in Richtung Budapest, wer von Budapest unterwegs ist in Richtung Deutschland, muss dann damit rechnen heute, entweder dass der Flug ausfällt oder dass er stark verspätet ist. Also das ist in dieser Form heute anzukündigen. Aber das haben wir ja schon in den letzten Wochen immer wieder, diese Problematik mit den Flughafenstreiks, mit den Bahnstreiks, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Also ich glaube, wir kommen aus dem Streiken gar nicht mehr raus. Zudem waren dann ja noch die Landwirte und sind auch teilweise noch auf den Straßen. Also ist im Moment nicht so ganz einfach in Deutschland mit dem Verkehr von A nach B zu kommen. Und damit auch dann letztendlich auch der ein oder andere fliegt ja dann öfters öfter mal auch nach Budapest. Also aufpassen heute und wahrscheinlich auch noch morgen. Da gibt es noch ein paar Nachzügler entsprechend die Möglichkeiten an euren Flughäfen. Und es sind insgesamt mittlerweile alle Flughäfen betroffen, dass da gestreikt wird. Also aufpassen heute mit Flügen und morgen. So, ich schaue mal zwischendurch hier auf unsere Kommentare, die so kommen. Hier, guten Morgen. Schön zu lesen, wie viele Bekannte nach Ungarn pendeln. Euch allen eine schöne Zeit. Ja, also da kommt wieder einiges hier. Der ein oder andere pendelt ja ständig. Auch haben mittlerweile schon Ferienhäuser oder Mietwohnungen hier. Oder aber auch das eigene Haus schon. Und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema. Ganz wichtiges Thema. Wir haben uns mal angeguckt, wie ist es denn? Wie kann man denn am besten auch eine Immobilie finden? Da gibt es ja sehr viele Portale. Da gibt es sehr viele Immobilienmakler, die dann hier und da anbieten. Und wir haben uns mal eine ganz interessante Immobilie angeguckt. Und die liegt in Kestey, direkt am Balaton. Und wunderbarer Wohnpark entsteht da gerade. Und wir haben mal mit dem Erbauer gesprochen hier und uns das mal angeguckt genauer. Und ich zeige euch einfach mal so ein paar Bilder hier. Und zwar ist das der, das Lake Resort Balaton. Hier direkt in Kestey, wie ihr seht, direkt am Balaton. Also wunderschön gelegen. Und hier schauen wir uns das mal an. Das sind jetzt im Moment Grafiken, die da erstellt worden sind. Wie so eine Wohnung dann nachher. Also richtig schön schnuckelig. Ganz interessant oder ganz wichtig zu wissen auch, dass diese Wohnungen wirklich auf dem neuesten Stand gebaut werden. Also auch sehr smart mit allen Dingen, die man da so braucht. Also richtig schnuckelig, gemütlich und modern eingerichtet. Und vor allen Dingen auch sehr nachhaltig, wie man uns erzählt hat und dargestellt hat. Also wirklich auch nach den neuesten Energievorschriften. Natürlich sparsam entsprechend, dass man auch nicht so viel heizen muss, sondern dass die Energiestufen hier entsprechend eingehalten worden sind. Es gibt verschiedene Wohnungen im Moment. Fünf Häuser werden dort gebaut mit insgesamt 120 Wohnungen. Und ihr könnt euch das auch im Internet anschauen. Ich gebe euch mal gerade hier so einen Link hier mit. Hier habt ihr den ganz modern hier heute wieder. Ja, den Link, den QR-Code könnt ihr jetzt gerade mit eurem Handy hier einscannen sogar. Wir geben euch aber gleich auch nochmal die richtige Internetseite, wo ihr nochmal googeln könnt. Nachher hier, wie gesagt, hier kommt gerade schon Check Lake Resort. Hier kommt auch bei uns in den entsprechenden Kommentaren schon hier. Ja, dieser, wie gesagt, QR-Code liegt hier vor. Könnt ihr euch mal anschauen, die Seite. Es gibt zahlreiche Wohnungen von 30 bis 150 Quadratmetern. Das haben wir uns mal angeschaut. Auch preislich kommt man da direkt gut zurecht. Wer also hier jetzt ein bisschen investieren will in die Zukunft, der sagt, Ich investiere zum Beispiel in so ein Ferien-Apartment hier, der sich das dann anschaut. Oder entsprechend auch natürlich für Rentner, die sagen, ich habe die Nase voll in Deutschland. Ich möchte es ruhig haben. Schönen Blick auf den Ballaton. Es gibt einen Pool dort dann, einen Gemeinschaftspool. Es gibt wunderschöne Gartenanlagen. Und direkt am Ballaton, ihr seht das ja hinter mir, so ein Blick immer, wenn man abends dann mal so auf der Terrasse sitzt oder einen kurzen schönen Spaziergang macht. Direkt wunderschöne Spaziermöglichkeiten da vor Ort. Und natürlich auch Dienstleistungen vor Ort, die einem dann helfen, dort das Leben einfacher und besser zu machen. Also ich glaube, das ist wirklich eine tolle Anlage. Und alle, die mehr Informationen haben wollen, wie gesagt, hier gibt es einmal den QR-Code oder auch auf unserer Internetseite nachher den Link nochmal nachzuschauen und sich da mal die Häuser ansuchen. Alle Wohnungen werden da auch schon mit Fotos dargestellt. Und jetzt im Moment beginnt so diese Verkaufsphase. Also wer da Interesse hat, ich glaube, im Moment gibt es auch ein paar gute Schnäppchen da, wenn man früh genug ist. Viele sind schon verkauft, haben wir uns sagen lassen. Und wie gesagt, was ich auch gut finde, ist halt, dass man einfach diese ganze Dienstleistung dabei hat. Es ist ein Sicherheitsdienst drumherum. Also es gibt Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage für Elektroautos. Es gibt Möglichkeiten, ein kleiner Shop, Shopping. Wirklich, wenn man da irgendwo alles drumherum hat, ist ja auch irgendwo ein bisschen sorgenfrei. Oder man sagt, ich brauche jetzt mal einen, der mir die Wohnung mitputzt oder sowas. Gibt es viele Möglichkeiten, die man da untereinander dann auch austauschen kann. Also ich glaube, so eine Anlage hat Zukunft. Lake Resort in Castell, Lake Resort am Palaton, ein Wohnpark mit Zukunft. Und ich glaube, das sind Projekte, die auch in Zukunft hier am Palaton in Ungarn entsprechend am Start sind. Hier fragt man gerade nach den Preisen, die sind total unterschiedlich. Super gut gemacht ist die Webseite. Da kannst du reinklicken jetzt und du kannst tatsächlich jede Wohnung, wie groß, wie teuer, dir anschauen. Also es ist wirklich sehr umfangreich. Wie gesagt, es gibt da 120 Wohnungen, es gibt auch 120 Preise. Also Einstiegspreise, glaube ich, wirklich sehr interessant auch. Und das, was man dafür geboten bekommt, mit Sicherheit ist es dann auch den Preis wert. So, das war es erstmal von dieser Seite. Ich mache jetzt hier nochmal raus. Und wie gesagt, die Informationen bekommt ihr auch auf unserer Webseite UngarnTV. Da gibt es auch einen Bericht darüber nochmal, wer da Interesse dran hat. Ich fand es super interessant. Und schaut euch das mal an. Der direkte Kontakt ist, wie gesagt, auch dort verlinkt. Wer mehr Fragen hat, kann uns natürlich auch gerne schreiben. Wir reichen das dann weiter. Da wird unter anderem auch über Dunahaus entsprechend derzeit auch vermarktet, die Immobilie. So, das dazu. Und schauen wir mal. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch was Kulinarisches an Bord heute. Und wir haben auch natürlich noch einen Tipp für euch. Erstmal gibt es ja jetzt so langsam die Faschingsrunde. Und da sind viele Faschingsveranstaltungen am Start, die wir auch schon aus früheren Zeiten kennen. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir auch darüber berichtet, über den Karneval, über den Fasching in Kestey. Bleiben wir direkt beim Kestey-Projekt hier. Schwanken wir von der Immobilie am Ballaton jetzt rüber in die Karnevalszeit. Und darum sehen wir auch, wer in so einer Immobilie dann irgendwo dann auch residiert, der hat es auch nicht weit in die Stadt. Nach Kestey. Kestey ist ja ein wunderschönes Städtchen am Ballaton und hat auch viel zu bieten von der wunderschönen Innenstadt mit vielen, vielen schönen Geschäften, kleinen, authentischen Geschäften, Restaurants bis hin dann auch zu den modernen Supermärkten etc. Aber Kestey hat auch eine tolle Faschingstradition und wir haben letztes Jahr schon darüber berichtet. Da konnten wir leider nicht selber anwesend sein, aber die Beatrix, die war auch vor Ort, die moderiert diese ganze Sache. Dieses Jahr startet es dann auch am 10. Februar, nächste Woche also, startet am wunderschönen Schloss in Kestey und geht bis auf den Hauptplatz. Das ist ein wunderschöner Faschingsumzug und wir schauen uns jetzt einfach mal ganz kurz zwei Minuten an, was uns da erwartet in diesem Jahr. Denn wir haben das Video von letztem Jahr nochmal, wo die Beatrix uns auch und viele deutsche Teilnehmer uns gegrüßt haben. Also lasst uns kurz mal in das Video reinschauen, damit wir wissen, was uns dann am 10. Februar erwartet in Kestey. Also, Film ab! Liebe Sven, wir sind da eigentlich ca. 3000 Zuschauer und Leute auf dem 22. Kestey Karneval. Es tut uns leid, dass du nicht kommen konntest, aber die deutschsprachigen Leute, dank an dich, haben uns gefunden. Sie haben diese nette Videonachricht für deine Zuschauer gemacht. Liebe Grüße aus Kestey! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, da sind wir. Kurze Impressionen aus Kestey vom Karneval, vom Fasching. Und wie gesagt, am 10. Februar geht es wieder rund in einer neuen Auflage. Und dann versuchen wir dabei zu sein und wir würden uns riesig freuen, wenn wir den einen oder anderen vielleicht live dort vor Ort treffen würden. Wir bringen eine Menge Kaffeetassen mit und dann lasst uns doch gemeinsam versuchen, vor Ort eine richtig gute Tasse Kaffee zu trinken. Ich bringe genug Tassen mit, also lasst uns versuchen, dort irgendwie was aufzubauen, hier aufzustellen, gemeinsam eine gute Tasse Kaffee beim Kestey Karneval. Hier hat man gerade gefragt, findet denn auch der Karneval in Kaposchwa statt? Ja, und zwar jetzt am Wochenende. Maskenumzug in Kaposchwa, wie auch sonst. Also auch das findet statt jetzt am Wochenende. Und für alle Faschings und Karnevalisten, die sind dann hier natürlich auch nach Kaposchwa eingeladen. Dort beginnt es, wie gesagt, am Wochenende der Karneval. Ihr seht, auch Ungarn kann Karneval. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch nochmal an, am 3. und 4. Genau, Datum, 3., 4. Februar in Kaposchwa, Fasching. Also für alle, die sich auch für Kaposchwa interessieren. Und dann am 10. geht es Richtung Kestey los. Und natürlich am 3. und 4. gibt es noch ein interessantes Event für alle, die in Budapest sind und die auch so ein bisschen in die Richtung China gucken. Da war ich ja jetzt am Wochenende in Hongkong. Und das chinesische Neujahrsfest, das findet ja auch dann statt am 10. Februar. Genau, dann ist Neujahr in China. Und man feiert das aber jetzt schon am 3. und 4. in Budapest. Und zwar dort auch im Chinatown, im 10. Bezirk in Budapest. Da gibt es also auch wirklich ganz tolle Aktionen. Ja, bis hin zu Workshops, zu chinesischer Medizin, aber auch Drachentänze. Denn das neue chinesische Jahr beginnt ja mit dem Drachen, das Jahr des Drachen. Und da gibt es also auch wirklich tolle Veranstaltungen in Budapest. 3. und 4. Februar. Also auch nicht verpassen, wer da in Budapest ist, kann so ein bisschen chinesische Kultur schnuppern. Und auch natürlich gute kulinarische Dinge. Also, das wäre ja dann auch eine Sache für Budapest. Und jetzt sind wir von Kestey rübergehobt. Waren schöne Bilder übrigens auch. Wie gesagt, die Beatrix hat das ja damals da moderiert und wird das auch in diesem Jahr wieder machen. Wir werden sie auch also dort treffen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Bühne, auf dem Hauptplatz irgendwo. Wir versuchen, was zu organisieren. Eine gute Tasse Kaffee, wie gesagt, beim Fasching in Kestey. Ich glaube, da kriegen wir hin, oder? Das wäre doch eine tolle Sache. So, dann fliegen wir jetzt von Kestey zurück nach Budapest. Und da waren wir für euch nämlich auch mal unterwegs in einem wirklich traditionellen Bad. Und für alle die, die übrigens auch so Tipps immer mal wieder suchen, ich gucke auch immer mal wieder rein in den Reiseführer von Marco Polo Ungarn. Da gibt es natürlich auch dann die ganzen wichtigen traditionellen Tipps. Und unter anderem gehört dazu natürlich auch das Rudaschbad. Das schauen wir uns mal gerade an. Wo liegt denn eigentlich das Rudaschbad? Und wenn wir von Budapest sprechen, sprechen wir von Badkultur. Wenn wir von Ungarn sprechen, sprechen wir von Thermalbädern. Und eines der bekanntesten ist mit Sicherheit das Rudaschbad. Aus der türkischen Besatzungszeit noch. Das heißt also, wir sprechen hier eher von türkischem Bad, weil teilweise wirklich ja auch das Bad so in diesem Stil auch jetzt noch steht. Also die gewissen Ecken da und Türmchen, die man da sieht. Das ist das Rudaschbad. Und wir schauen uns mal kurz an, wo das zu finden ist. Hier, da sehen wir es da auf der Karte hier. Das Rudaschbad, also am Gellertberg befindet sich das mit Blick dann auch auf die Margareten-Elisabeth-Brücke. Margareten-Elisabeth-Brücke, genau. Ich bin schon bei der Margareten-Brücke gewesen. Hier sind ein paar Brücken weiter, wie gesagt, mit Blick auf die Elisabeth-Brücke. Also ein wunderschöner Platz, auch unterhalb des Gellertbergs. So ein bisschen auf so einer halben Höhe gelegen. Und mir gefällt, der wunderschöne Platz dort in diesem Rudaschbad ist dieses Außenbecken hier, wie ihr seht. Wenn du in dem warmen Wasser sprudelst und den Blick hier auf Budapest hast. Oder zur anderen Seite, hier seht ihr das auch nochmal auf der rechten Seite, Gellertberg. Ist das natürlich schon, hier gucken wir nochmal hier rein. Ach, herrlich, so richtig schön warmes Bad. Und wir können also hier sprechen von Becken, von Thermalbecken zwischen 29 Grad und 42 Grad. Also richtig, richtig schnuckelig warm. Und es gibt natürlich den Wellnessbereich, es gibt Sauna, es gibt Dampfbad. Und wenn wir uns das anschauen, ich glaube, viele sagen, das sieht aber alt aus. Und guck doch mal rein hier, diese ganzen Becken. Hier sieht man das, ja. Das ist also auch wirklich noch aus der früheren Zeit hier. Guck mal da. Ja, ich glaube, das macht das Bad halt auch aus. Ja, diese alte Stil, diese alten traditionellen Ecken, die man hier findet. Ja, oder auch hier die Saunaregion hier mit ein bisschen Stimmung. Diese Kuppeldächer, das glaube ich, macht das Bad auch aus. Und man sagt eigentlich, wer in Budapest ist, der sollte auch mal das Rudaschbad besucht haben. Ja, dann fragen wir uns natürlich, was kostet das denn? Da haben wir auch mal kurz reingeguckt. Seit dem Januar sind die ja auch ein bisschen erhöht worden, die Preise. Und ich habe mir geguckt, selbst vor einem Jahr oder so, hier in dem Marco Polo-Reiseführer, da lag das Ticket noch Samstag, Sonntag bei 6.500. Jetzt haben wir hier einen Wochenendpreis von 12.200 Forint und einen Wochenpreis von 9.300 Forint. Das ist der Tagespreis. Also da könnt ihr einen ganzen Tag für dort schwimmen. Ja, bis 22 Uhr hat das Bad offen. Und es gibt am Wochenende auch oftmals die Thermalnächte. Da kann man dann sogar nachts in dem Thermalbad sich aufhalten. Natürlich dann auch einen wunderschönen Blick dann so von diesem Außenpool auf die Stadt. Also hat schon was. Also in meinem Platz, wie gesagt, ist der Lieblingsplatz von mir da. Ich habe das mal ausprobiert. Dieses Bad ist dieser hier. Ja, da kannst du echt so hier auf die Stadt schauen. Und man muss natürlich auch sagen, es ist sehr voll. Also da muss man schon gut früh genug da sein. Und teilweise am Wochenende wird es dann schon richtig voll. Da muss man warten, bis man in diesen Außenpool kommt. So, das dazu. Und wenn wir schon mal in Budapest sind, ihr wisst, ich kann es nicht lassen, auch ein bisschen was Kulinarisches auf den Tisch zu bringen. Lass uns mal kurz den Tisch decken hier. Und zwar, ich mache mal hier gerade schnell eine Information hier rein, wo wir uns jetzt dann auch mal ganz kurz aufhalten, ist hier im Restaurant Bechamel Budapest. Das ist also ein, ich würde sagen, Brunch-Restaurant. Und Bechamel, das wisst ihr, das ist ja so eine leckere, leckere Soße. Ja, und dieses Restaurant serviert Gerichte und gerade im Brunch-Bereich, also wenn ihr irgendwo so ein bisschen Spätaufsteher seid, dann so locker so 11 Uhr oder sowas da einkehren. Da gibt es wunderbare Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich lasse euch das mal einfach hier auftischen, ja, belegte Brote. Und überall ist die natürlich Bechamel-Soße ein Thema in diesen Gerichten. Ihr seht das überall mal so ein bisschen mehr oder weniger, Bechamel mit dabei. Ein wunderbares Brunch-Restaurant. Also wenn ihr dann plant, einfach mal so in Richtung Budapest, ob es jetzt das Ruderspat ist oder wie auch immer. Man kann einen Stopp hier einplanen, ist wirklich ein ganz, ganz nettes Restaurant. Und ist mal was anderes, ein bisschen Brunchen. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr lecker. So, habt ihr gesehen, ich blende nochmal kurz ein, das war die Straße, wo man da hin muss. Die haben keine eigene Webseite. Aber hier gibt es dann auch einen Ort, wo ihr das Restaurant findet. Akats-Fahr-Utzer 36. Dort gibt es das Restaurant Bechamel. So, haben wir ein bisschen Werbung gemacht für das Restaurant. Also ich muss immer dazu sagen, wir kriegen jetzt nichts umsonst da zu essen oder sowas, dass wir Werbung machen, sondern wir probieren das wirklich ganz neutral aus. Und wenn es gut ist, geben wir euch die Empfehlung hier in der Sendung. Und wenn nicht, dann sprechen wir gar nicht drüber. So, das dazu. Jetzt gucke ich mal, ob wir noch irgendwas verpasst haben hier. Ich würde sagen, ich blende mal einen Moment noch hier den Chat mit ein, ob man hier nochmal ein paar andere Tipps oder vielleicht habt ihr ein paar Erfahrungen auch aus dem Ruderspat. Ich denke, das ist schon ein stolzer Preis, den die da auffahren. Auf der anderen Seite ist es so ein Traditionsbad, wo ich sage, Mensch, man muss wenigstens mal drin gewesen sein, mal gucken. Und die Vielzahl der Becken und der einzelnen Temperaturbereiche, die ist schon groß. Und ja, man hat so ein bisschen diesen Stil, diesen alten, traditionellen Stil da. Ja, vielleicht hat auch einer von euch noch einen anderen Tipp. Ich würde auf jeden Fall in der Woche in das Bad gehen. Da ist dann vom Andrang her nicht ganz so viel los wie am Wochenende. Und man hat doch so ein bisschen mehr Ruhe. So, vom Karneval in Moratsch. Da werden wir natürlich auch in der nächsten Woche drüber sprechen. Da werden wir in der nächsten Woche auch entsprechende Informationen euch weitergeben können. Wo, wie, was, wann. Deshalb ist auch mein Aufruf jetzt. Lasst uns am Montag wieder treffen zur nächsten virtuellen Café Tasse hier. Nächste Woche Montag sprechen wir auch unter anderem über den Karneval von Moratsch. Mit schönen Bildern und mit schönen Informationen, wo ihr euch dann am besten und wann ihr euch dort am besten aufhalten könntet. So, mein Kaffee ist alle, sagt der Harald. Harald, ich kann dir sagen, ich habe noch ein bisschen drin. Und ihr wisst, bevor der Kaffee nicht leer ist, ist die Sendung auch nicht zu Ende. Ich muss auf meiner Seite sagen, ich habe mich riesig gefreut, heute euch mal wiederzutreffen hier in der schönen Runde. Und ich habe euch versprochen, ich wollte noch ein paar Informationen oder Bilder loswerden hier. Ich war in Hongkong, war meine erste Reise nach Hongkong. Und jetzt kurz vor dem Neujahrsfest auch, ihr habt gerade gehört, in Budapest wird das auch gefeiert. Einfach mal so ein paar Dinge, wie es mir ergangen ist, hier bei dem Riesen-Buddha auf dem Berg hier, den man mit einer Seilbahn dann erkunden kann. Hier, wie gesagt, Hongkong im Hintergrund. War eine tolle Sache für mich auch. Hier unter anderem für Radio Frankfurt einige Dinge vor Ort. Also auch hier seht ihr, wir versuchen Ungarn auch in anderen Medien immer wieder zu präsentieren. Ein Kollege von Radio Frankfurt war mit mir vor Ort. Und viele Dinge haben wir auch da besprochen, wie man zusammenarbeiten kann weiterhin. Die virtuelle Kaffeetasse auch so ein bisschen in Richtung Radio Frankfurt. Also ihr seht, wir stehen da nicht still und versuchen immer wieder Neues rauszubringen hier. Der Smoky George ist auch dabei und er fragt, der Peak ist der Wahnsinn. Warst du auch dort? Ich war auch dort und jetzt zeige ich dir das ganz kurz. Da sind Hongkong-Insider hier. Da, da auf dem Peak. Das ist der schönste Ausblick, wie ich finde. Und hier sieht man halt auch, wie grün Hongkong ist. Wir sind zwar jetzt keine Hongkong-Kaffeetasse, aber es war mir einfach ein Bedürfnis, mal ganz kurz am Ende der Sendung nochmal darüber zu sprechen. Und was mir natürlich immer kulinarisch auffällt, ich habe einen sogenannten Dim Sum gegessen. Kennt ihr das? Dim Sum? Guck mal hier. So typische. Ja, ich habe gesagt, sieht aus wie eine Maultasche, oder? Guck mal hier so. Ja, diese eingepackt. Da ist das hier. Ja, seht ihr das? Unglaublich, oder? Und jetzt guck mal hier, wie die gemacht werden. Habe ich auch hier drauf. Da, da werden die eingepackt gerade. Und es ist tatsächlich wie eine Maultasche. Ich habe einen deutschen Koch dort gestroffen. Und der sagt auf einmal, ja, klar, ich mache sogar die deutschen Maultaschen hier, weil die sind so ähnlich wie Dim Sum. Also auch da gibt es Verbindungen. Du isst auch alles, sagt der Klaus gerade hier. Und 100 Jahre alte Eier sind allerdings das Schlimmste, das hier gießen. Ja, und da genau, das wollte ich noch ganz kurz. Es gibt ja viele Leute, die gesagt haben, boah, ist in Hongkong. Uh, da musst du aufpassen, dass es keine Hund oder Katze ist oder sowas. Nee, nee, nee. Das ist ein Mythos. Das gibt es da nicht. In Hongkong selber ist es sogar verboten, Hund und Katze und solche exotischen Sachen. Genau. Schauen wir mal gerade hier, wo unsere, genau, 100 Jahre alt. Ich gucke gerade in den Chat rein, was da so alles kommt. Und gerade in Sachen Kulinarik ist da ja immer auch, sind da viele Meinungen unterwegs. Aber wie gesagt, Hund und Katzen ist verboten in Hongkong, gibt es nicht. Und Gott sei Dank. Ich war schon, ich war schon auf alles vorbereitet, aber das hätte ich auch nicht gegessen. Never. So, in diesem Sinne, wir haben 10 Uhr 8, den letzten Schluck Kaffee. Komm, lass ihn gemeinsam trinken. Ah, ist schon kalt. Aber kalter Kaffee macht schön, ne? So, jetzt ist er weg. Ich freue mich. Hier schreibt man gerade, der Klaus Stefan schreibt gerade hier, der Kaffee-Konsum steigt wieder an. Ja, kann man so sagen. Wir sorgen dafür. Wir sorgen dafür, dass er morgens zumindest um 9.30 Uhr nochmal eine Tasse Kaffee trinkt mit uns zusammen und einfach ein bisschen klönt. Das ist doch schön, oder? Also mir hat das auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das auch ein bisschen gefehlt. Aber es gab halt Dinge, die man dann zwischendurch auch noch regeln musste. Und jetzt sind wir ja wieder da. Ja, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt starten wir den Tag dann wieder. Nicht jeden Tag, aber wir versuchen so oft wie möglich auf Sendung zu sein. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Wochenende. Wetter in Ungarn, kann ich sagen, ein bisschen wechselhaft. Immer noch so ein bisschen frisch auch. Aber auch da sind wir alles gewöhnt, denke ich mal, ne? In diesem Sinne. Ich sage euch jetzt schon ein schönes Wochenende. Guckt aber auf der einen oder anderen Karnevalsveranstaltung, Faschingsveranstaltung mal vorbei. Montag reden wir über Mohac, eines der größten Faschings-Events, kann man sagen, in Ungarn. Und da, wo diese grimmig aussehenden Masken dann so über die Straßen laufen, geht ja eine ganze Woche. Dann werden wir euch ein paar Tipps geben. Und ja, ciao bis Montag, Andreas. Der Sultan sagt auch bis zum nächsten Mal. Und ihr seht, ich kann mich gar nicht trennen. Ich habe immer noch einen Schluck. Ich war ja auch heutzutage zu spät. Deshalb, ich finde es übrigens auch gut, dass viele Ungarn mittlerweile uns zuschauen hier. Wir werden ja auch ausgestrahlt in anderen Magazinen. Und da höre ich immer wieder, dass die Beteiligung der ungarischen Zuschauer auch sehr groß ist. Freut mich riesig, dass auch ihr hier zuschaut. So, habe ich noch irgendwie ein spektakuläres Bild für euch? Ne, habe ich nicht. Ich glaube, wir sind durch mit allem. Dann sage ich bis Montag, oder? Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Auch wenn der Freitag noch dazwischen liegt. Haut rein. Wir sehen uns wieder am Montag. In diesem Sinne, die virtuelle Kaffeetasse Ungarns. Und am Montag geht es weiter. Bis dahin. Ciao.